Hallo und herzlich willkommen zu dem folgenden Tutorial. Heute möchte ich Ihnen den neuen Yogi-Modus zeigen. Wenn Sie hier auf die Schaltfläche Yogi-Modus drücken, wird in dem Moment das Bild komplett gedreht und Sie können weiter auch in zum Beispiel Yoga-Positionen arbeiten, wo Sie auf dem Kopf stehen. Das wurde zur Vereinfachung eingeführt. Früher musste man den Bildschirm drehen, jetzt kann man einfach nur die Software drehen und dann ganz normal weiterarbeiten. Wenn Sie das letzte Update eingespielt haben mit der Version 8614, haben Sie automatisch diese Funktion, vielleicht haben Sie es noch nicht gesehen und probieren es einfach mal aus. Viel Spaß dabei!